ja hallo leute willkommen zu einem weiteren video von mir und zwar habe ich gedacht ich mache heute einmal ein anderes video format und zwar war hier letztens am 21 beim pflaster spektakel in linz und hat das natürlich auch keinen live stream gegeben ja und ich habe mir gedacht ich nehme das ein bisschen mit meiner kamera und ich zeige euch dann das ganze mal ein bisschen so und jetzt würde ich sagen film ab so 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 so